Ey, guck mal den Neuen an. Hat der seine Tastatur dabei? Na, was hast du heute noch vor? PC-Spielen? Ja, hab ich tatsächlich. Aber vorher will ich noch die Lüfterkurve von meinem Intel-Gehäuse-Lüfter anpassen, weil der Airflow ist gerade echt noch nicht optimal. Was labert der Nerd? Was ein Loser. Ey, schaut mal her, der Neue hatte einen kleinen Unfall. Ey, da. Ah, guten Tag, coolball09.gmail.com. Was? Ich dachte mir, ich spreche dich mit deiner E-Mail-Adresse an. Oder soll ich dich doch lieber mit deiner IP-Adresse ansprechen? Ah, da fällt mir ein, ich hab mich ja in einen Cloud-Speicher gehackt und dieses peinliche Bild von dir gefunden. Das würden doch sicher alle hier lustig finden, oder? Du blöfst doch. Ach so, dann hast du ja sicher nichts dagegen, wenn ich das poste. Doch besser mal nicht so laut, Katze 2009 und Ronaldos 2i XD. Tch, casuals.